Klippklapp, wir fahren ab. Ein Mixmax-Buch von Christian Kempf und Norbert Lander, erschienen 2019 im Oberste Pring Verlag. Das Pappbilder-Buch ist für Kinder ab 18 Monate bis drei Jahre zirka geeignet. Ein Mixmax-Buch besteht immer aus solchen einzelnen, hier dreigeteilt, einzelnen geteilten Seiten, die man hier verändern kann, eben mixen kann die Bilder. Und Christian Kempf hat sich hier Fahrzeuge ausgesucht, nicht Baggerfeuerwehr oder Radlader, sondern ganz verrückte Fantasiefahrzeuge mit Tieren und aus der Natur. Hier ein Zapfenauto oder das Badewanneauto oder hier hinten reisen Teddy und der Hund in einem Käseauto. Und die Kinder können hier verrückte Autos selber zusammenstellen, zum Beispiel ein Badewanne-Käse-Zapfen-Auto. Norbert Lander hat jedem Teil hier einen Reim zugegeben, da wird gezischt, gepufft, gefahren, ganz aktiv, mit der Sprache wird gespielt, die Kinder aufgefordert zu reden, was zu machen, selber zu beantworten, fragen und die Fantasie wird dabei angeregt. Die Farben von Christian Kempf sind herrlich hell, fröhlich, schöne Kontraste, ansprechende Bilder für die Kinder. Also ein wunderbares, schönes Buch, was ganz viel Kreativität und ganz viel Humor ist. Absolut zu empfehlen, das Clip Club Buch Wir fahren ab von Norbert Lander und Christian Kempf.